1 2 gammelt dann immer ja alle vergammeln da nicht nein nein es vergammelt dann das erste was du gesammelt hast zeit ist halt dann wenn das der letzte vergammelt ist oder uns darf hat er ein gutes system wenn du mehr gesammelt hat ist von der gleichen sort dann ist es ja später vergammelt oder weggegangen das sind die annahme werden wirklich die körper sind ja wichtigsten genau am schwersten zu kriegen ja was was man viel braucht das kommt mir nicht so viel was letztens hatte waren weißes licht im wasser ja ich weiß da dachte ich auch so ne da gehst du nicht rein da sind die haa hier nein nein da kommst du hin gestern war das ne oder habe ich gestern der gäste habe ich gar nicht gefarmt oder ich war das nicht vorgestern dann hast du als gefarmt du idiot und was gehst dann vollidiot leute ehrlich nein das soll das denn in meinem langzeitgedächtnis um bleiben da bleibt was anderes drunter und ich krieg langsam krampf mit finger vom e drücken krassen kampf im kopf nein lila bären hallo gibt sie nicht hier hast wieder elf hallo pronto tschüss pronto den kannst du nicht reiten nicht reiten weite will hier ist hallo brontosaurus weide will hier steht hier ja ja das kann man nicht naja 250 nekro barrys oder 50 bis 210 nekrotikum ja dann ist es auch arschteuer vor allem hier geblieben drecksvieh hallo mit bären auffressen hier auf so können schleifen mit du arsch futter habe ich noch aber ich bin voll ja das leider nicht mit mir schleifen waren 30 pöbel hier reis Amen. 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 Ich finde das gemein, dass dein schneller geht. Ja gut, deins ist aber auch, glaube ich... Ja gut, hat ja auch weniger Taming-Zeit, ne? Ja, halb bestanden, in-game. Na, in-game weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist Echtzeit oder so. Meinst du? Na guck mal, ich nehme jetzt schon knapp 40 Minuten auf mit... 44 mit vorher schon, äh 49 sogar jetzt, haben wir insgesamt. Ja, aber was gibst du denn hauptsächlich zu fressen? Lila Bär nicht, also Lila Bär hat jetzt drinnen als erstes, und die anderen hat halt als nächste Position, ne? Ja, kann auch sein, dass das Echtzeit ist, das stimmt. Ich drücke dem ja auch so hier, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, der kann 3300 Futter haben insgesamt, und wenn der bei 3200 noch was ist, dann drücke ich da paar andere Bären noch rein. Okay. Ja, aber umso weniger frisst er dann. Mhm. Mhm. Deswegen immer mit Leer erlassen, so halbwegs. Das macht er ja auch so die ganze Zeit, aber wenn ich jetzt da bin, weißt du? Ja, ja. Dann müssen wir noch ein bisschen was essen. Aber das ist echt so, der Himmel, das ist eigentlich nur gelochte schwarze Decke, wo dann Licht durchscheint. Weil das siehst du ja richtig, weil da immer so ne Strein durchkommt. Mhm. Aber auch nicht schlecht, das ist nicht schlecht gemacht. Ach mein Gott, das sieht man doch kaum. Das ist jetzt was, was anders ist oder so. Ja, aber ich sage nur noch mal... Oh, hallo Dilo, du wirst jetzt erst mal sterben. Ich habe die Qualität nochmal ein bisschen hochgedreht bei mir, deswegen sieht man das eigentlich recht gut. Und, bei mir sieht man, hat man endlich ordentlich Tag. Also... In der Nacht kann man auch nicht was sehen bei mir. Mhm. Wann hat falsche Einstellung drin. Aber sicher drin hatte ja schon. Hm? Bei A. Vielleicht. Hm? Ich bin bei A. Oh. Hm, gleich bei M. Boah, vier Mecho-Beeren. Boah. Gleich wieder zurück dackeln. Ja. Mal ein Stück 20, alles klar, gib ihm. Wischung so'n Dackel. Geh mal schnell nach unseren Dodos. Ach so, dann. Ich könnte den leer nie sein. Wow. Der Mond ist ganz gesprungen eben. Ne, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ist er eigentlich. Der ist fast wieder auf. Also, geht fast wieder runter, so mein ich das. Ne, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, haben wir jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe das einfach nur gemerkt eben. Okay. Hier, dein hat jetzt 44 Beeren drin. Stamina bei Mimer Höhen. Ja. Die halten länger. Die halten länger. Deswegen war, geht das so schnell runter. Die Stamina mit, naja, ja. Die haben so schraubhaft. Komm ich weh an die Schildkröte. Ja, das heilt nicht das. Tame geht eigentlich gleich mit dem heilen, weil der heilt sich ja auch. Mhm. Mhm. Oder 47, 48. So, ich bin jetzt gerade bei, ja zwischen, ein bisschen mehr als das S. Mhm. Ungefähr, wenn man so die Richtlinie bei Taming Effizienz so bei, beim zweiten F. Ich zeig dir gleich, wo ich bin. Ist ein bisschen blöd, ey, dass du viel schneller bist als ich. Ich bin bei der Hälfte auf dem Ende. Ach komm, ey, das ist doch gecheatet. Ist gecheatet am Arsch. Und das geht halt schneller. Nur, weil ich wieder hier gleich wieder das Over-Ding nehmen will hier. Nur, weil ich hier wieder das Over-Pro-Ding nehmen will hier. Ja. Ich glaub, du hättest das auch mal nehmen müssen. Ja, ich will halt was, was viel schleppt. Ja. Wie viel kann die Schickröte tragen? 250. Naja. Meiner kann 200. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt farm gehe, sind 500. Du hättest den schneller, dann hättest du noch schneller Bären sammeln können. Mit dem. Ach, ich hol mir das nachher auch noch. Weil, umso hättest du die Schickröte dann ein bisschen besser füttern können. Wahrscheinlich mit dem Purple noch schneller. Oh Gott. Weil dadurch kannst du ja schneller ernten. Und umso schneller hast du auch viel Bären. Ja, ich hol mir gleich auch noch so einen T4. Steht fest, aber halt erstmal das Schwerste jetzt hier hinter mir. Mein Gott. Von mir aus kannst du wieder Tag werden. Mhm. Könntest du bei mir jetzt auch. Ist ein bisschen dunkel in der Aufnahme. Ne, es geht. Ja gut, in der Aufnahme siehst du es halt. Aber wenn du so im Himmel guckst, dann ist es schon hell. Das ist immer so ein bisschen nervig, dass es so ein bisschen dunkel in der Aufnahme ist. Kannst du aber nicht viel gegen ändern. Oh, ne, komm her. Aber jetzt mal halte ich hier echt Waffe. Wache, Waffe. Halte ich hier echt Waffe. Ja, klar. Meiner hat das Leben sowieso gleich schon voll. Mhm. Aber 6 von den Purple nur noch zu fressen. Da ist ein gelbes Licht, da hinten ist ein grünes. Ich schau gerade noch mal. Und ich bin gleich beim ersten. Ach, ey, komm. Ich kann dich voll gut damit ächern. Nicht Spaß. Ja gut, dein Ding geht auch schneller, aber mein Gott. Wie viel hast du in deinem Level schon? Hm. 1.16... Nee. Ja, 1.658. Ja, Mann, ich bin 8 Dinger über dir. Komma 8. Äh, 1.666,8. Ja, ist mir egal. Ganz ehrlich. Ja, ich lag immer ein Level zurück, dann ist es schon okay. Ich stehe ja auch gerade nur rum und... Ja, Level ist auch ein bisschen. Ja. Ist nicht viel, aber du levelst. Hab ich schon gesehen. Aber es wird wieder heller. Komm mal um 0,1. Gut, wenn du sammelt, EDC und so weiter. Danke dich. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, stato. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schaasen und da. Bis zum nächsten Mal. 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 Komm schon. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Komm. Bis zum nächsten Mal. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Da schick. Da schick ich auch rein. Jawoll. Bis zum nächsten Mal. 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 und seine mutter jetzt immer ganz ein bisschen tragen mit schon was mitnehmen oder so wie kann ich wirklich was sagen das ist egal dann das umkehren mit den pücheln zu behindern aber sie hier angucken haben wir noch einen zweiten sattel für das viech was du hast haben wir noch einen sattel für das muss ich machen kannst du dann einschauen wir machen uns ein lager legen natürlich dass du mein gott ich habe noch 94 punkte das fette dino kacke das ist noch mal irgendwo dino kacke gewesen zwei mal medium dino kacke dafür soll man sich regelt wenn es wieder 100 wenn wir bewegen und dass die prozent ausgut kommen danke und ja oh mein gott ist schicki lahm komm ein kleiner jetzt gehst du schon ein bisschen schneller oh ja die narkotik dinge machen dann hol ich mal auch ein steg damit kann es besser ernten kleinerer kam das war der bären fressen im moment habe naja ist gut bei der wasserflaschen in der sheet ach ich hab vergessen nicht mit folgen zu machen so schimmer ich da ich kann kommen in naja oh gut ja 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 ja